Der Chicom, der Eva-Gren unter den Chastrichs. Die Elendlang-Geschichte, wo der Chicom herkommt, und wie er eigentlich heißt, überspringe ich hier einfach mal, da ich die Real Steel-Einführungen selber immer überspringe, wenn ich ein Review lese. Preis 15 Euro Bezugsquelle Videobeschreibung Material und Verarbeitung Das ist mein Chicom, 3 Taschen für AK, im folgenden Automat genannt, Magazine. Vier kleine zu denen wir noch kommen werden, zwei Schultergurte und einen, um den Chicom hinter dem Rücken in Position zu halten. Das komplette Rieg, besteht aus Baumwolle, die Taschen, bestehen aus dem selben dicken groben Natorstoff, aus dem auch die beliebten Natortragetaschen bestehen. Dieser macht einen ziemlich robusten Eindruck, aber bei einem stärkeren Schauer, wird eure Ausrüstung sicher nicht lange trocken bleiben, ich habe aber leider noch keine Erfahrung diesbezüglich machen können. Die Rückseite besteht aus einem etwas feineren aber nicht minder robust wirkenden Stoff, der sicherlich dort angebracht wurde, um eure Uniform oder was immer ihr drunter tragt, nicht allzu sehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Im Optimalfall, findet man hier einen chinesischen oder vietnamesischen Fabrikstempel, der aber hier allerdings fehlt, da mein Chicom ein Unahmeprodukt zu sein scheint. Neben dem Stoff, machen auch die Nähte einen mehr als nur stabilen Eindruck. Die wichtigsten Nähte, jene, welche die Taschen am Chicom halten, sind doppelt genäht, da muss schon einiges passiere damit eine von denen aufgibt. Die einzigen Stellen, die sich als Schwachstellen herausstellen könnten, sind die Schlaufen auf den Laschen zur Befestigung an den Holzknäufen und die Gurte, welche am oberen Chicom vernäht sind. Auch stehen bei einigen Nähten noch lose Restfäden ab, was bei einer Jeans sofort böse ins Auge fallen würde. Stört beim Chicom kaum. Wen es stört, der kann sie ja alle einzeln verknoten und abschneiden. Taschen und Unterbringung Eine Ausnahme im verwendeten Material, stellt die äußerste rechte kleine Tasche dar, die und um aus Vinyl, PVC, gefertigt wurde. Entweder um das Type 56 Cleaning Kit am Auslaufen zu hindern, oder um sonstige empfindliche Utensilien unterzubringen, für uns ist hier der sicherste Platz für Funkgeräte und Akkus. Genauso wie ihre Verwandten, auf der anderen Seite des Chicom, weist auch die kleine Tasche am linken Ende, eine Besonderheit auf. In ihr, befindet sich eine kleine fingergroße Tasche, in der hier, zur besseren Anschauung, eine Typ der AA-Batterie steckt, die genau der Tiefe der Tasche entspricht. Die Tasche wird von außen durch ein Gummiunterzug gehalten, oder das Gummi ist dazu da, um außen etwas in Position zu halten. Mir schwandt mal wieder kurz Zeug, aber das gehört ja schon in der Vinyl-Tasche. Jetzt aber zu den wichtigsten Utensilien, den Magazinen. Meine Aftermath 47 mag's fast mein Chicom ohne Probleme, leider besitze ich keine Magazine andere Sturmgewehre, so dass ich leider noch nicht sagen kann, ob zum Beispiel die eines M14 dort auch passen würden. Bei Magazinen, die deutlich weniger Platz einnehmen, mache ich mir dagegen keine Sorgen. Hier könnt ihr auf einen Trick zurückgreifen, den ich auch bei meinen 47 Marks angewandt habe. Wie ihr auf der linken Seite des Bildes sehen könnt, versinkt das Magazin nahezu komplett in der Tasche, und ist deshalb ziemlich schwer zu greifen. Da man mit beiden Fingern in die Tasche muss, ich habe einfach etwas Stoff in die Tasche gestopft, in etwas bis zur Höhe der unteren Umnaht der Tasche. Jetzt ragt das Magazin, wie auf der rechten Bildhälfte zu sehen, gerade so weit aus der Tasche heraus, dass man es bequem ergreifen kann, und sich die Lasche gerade noch schließen lässt. Die Laschen, die den Inhalt der Taschen schützen, werden von einer Lasche und einem kleinen Holz-Knauf in Position gehalten. Der Knauf ist übrigens aus echtem Holz, welches allerdings recht hell ist, und das Darnbild stören könnte. Mit etwas Geduld bekommt man sie jedoch recht gut aus ihren Ösen heraus und wir könnten sie in einem wohligen Bad, in einem Holzbehandlungsmittel unsere Wahl, auf den richtigen Farbton bringen. Nur bitte nicht einfach mit einem brownen Filzstift anmalen. Das sieht nicht aus. Neben den Magazinen, kann man noch weiteres nützliches Equipment in den Haupttaschen unterbringen, zum Beispiel seine Seitenbuffe. Was sich in der Theorie vielleicht recht abwegig anhört, ist in der Praxis noch praktikabler als man denkt. So bekomme ich meine Colt aus der Hikomtasche schneller und mit einer unauffälligeren Bewegung heraus, als aus einem Oberschenkelholster. Es sähe jetzt nur um Längen besser aus. Wenn dort das Griffstück einer M1911 oder Tokarev heraus lugen würde und nicht das Abgewälzte. Lassen wird es. Etwas schwieriger dort zu platzieren, aber mit einem größeren Stillefaktor ist ein Bayonet. Das obligatorische Automat 47 Seiten Gewehr lässt sich, mittels der eigenen Gürteltrager Schlaufe, an einem der beiden Tragergurte befestigen. Entweder, wie gewohnt um den Griff, für festen Sitz. Allerdings für das schnelle Ziehen nicht wirklich günstig. Alternativ, könnt ihr die Schlaufe auch an der Scheide anbringen, wie rechts zu sehen. Dadurch wird der Halt etwas instabiler, aber die Klinge lässt sich leichter ziehen, was allerdings für uns kaum eine Bedeutung hat. Da Bayonette für unsere Dekoration oder Arbeitswerkzeug darstellen. Um den Sitz und Komfort des Bayonetts weiter zu verbessern, hat ein Kumpel von mir die Schlaufe zurechtgeschnitten und die Scheide an ihrer Drahtscherin ein Raste mittels eines Kabelbinders über zwei Löcher in der Taschenrückwand fest fixiert. Außerdem ist es ratsam bei jedem Gegenstand, der nicht die komplette Tasche ausfüllt, den Freiraum mit Stoffresten auszupolstern, so verhindert man das Hin- und Herrutschen der Ausrüstung. Die Innenseiten der Magazintaschen sind, sicher der Abnutzungsprävention wegen, ebenfalls mit Vinyl ausgekleidet. Allerdings nur auf den ersten 7 cm, auf dem Weg ins Tascheninnere, also bis zum unteren Ende jener Naht, welche die Holzkneufe halten. Einstellung und Komfort Der Chicoom lässt sich über seine beiden Schultergurte bequem verstellen, dabei müsst ihr jedoch darauf achten, dass beide gleich lang eingestellt sind. Massstab hierfür sind, praktischerweise, die Nähte auf der Rückseite des Chicoom. Hier oben im Bild, sehen wir die Konfiguration für das klassische Tragen vor dem Bauch. Dabei sind die Gurtenden auf der Länge, der Übergangsnaht von der letzten kleinen zur äußeren großen Tasche. Ich bevorzuge jedoch das höhere Tragen vor der Brust, da dadurch die Beweglichkeit steigt, und es auch etwas besser aussieht. Für diese Tragweise, verkürzen wir die Gurte so weit, dass das Gurtende auf der, von sich aus äußeren Naht, der mittleren Tasche liegt. So getragen müssen wir unbedingt darauf achten, unsere Nacken zu schützen. Da die Gurte jetzt hinter unseren Rücken verlaufen, kann es durch Verrutschen passieren, dass beide Gurte gegen unsere Nacken drücken, was zwar nicht wirklich wettut aber mit der Zeit nervt. Ein Kapuzenpullover, ein Kragen oder ein einfaches Halstuch schaffen da schon ab Hilfe. Auch sind die beiden äußeren Taschen, nur noch mit der gegenüberliegenden Hand zu erreichen, also sollten wir dort nichts allzu oft oder allzu schnell benötigtes unterbringen. Auch ist es nicht wirklich klug, dort allzu großes Inventar unterzubringen, denn je nach Haltung drückt es uns dort die ganze Zeit von innen gegen unsere Oberarme, was nach längerer Zeit richtig unangenehm werden kann. Die Verarbeitung der Tragegurte ist sehr unterschiedlich, die Schultergurte bestehen aus einem noch dickeren Material, als die Chikomvorderseite, und werden sicher nicht so schnell aufgeben. Der Rückengurt allerdings ist aus einem ziemlich dünnen, Stoffhosen-ähnlichem, Baumwollstoff. Allerdings wird dieser auch nicht allzu stark belastet. Was jedoch bedecken auslöst ist, sind deren Enden, oben links im Bild zu sehen, Diese sind zwar an den Enden leicht mit Plastik verödet, trotzdem macht eine andere schon langsam Anstalten sich aufzuribbeln. Auch von geradezu lachhafter Qualität, sind zwei Schlaufen, welche, die bei der Einstellung überstehende Schultergurte in Position halten. Die aus rot-brauner PVC-Folie bestehenden Schlaufen, werden selber nur von zwei rosa Fäden zusammengehalten. Die Schlaufen leisten ihrer Verarbeitung entsprechend nur mäßige Arbeit, So verrutschen sie beim ungeübten Anlegen, fast jedes Mal und einmal im Chico um. Kann man sich noch so verrenken, man bekommt sie nicht ohne fremde Hilfe wieder dahin wo sie hingehören. Zum Glück rutscht das Gurtende recht selten komplett aus ihnen heraus. Wenn ihr geschickt genug seid, könntet ihr den rosa Bindfaden durch ein rosa Gummiband ersetzen. G apostroph tt sei Dank, haben die wirklich beanspruchten Stellen, auch die dementsprechende Aufmerksamkeit bei der Produktion bekommen. So ist der Gurtumschlag an den Außenenden des Chico aus Metall und nicht, wie ich zu Anfang dachte, aus Plastik, er ist nur sehr dick lackiert, was aber der Gängigkeit zugute kommt. Das Verstellen von einer höheren, kurze Gurte, auf eine tiefere Einstellung geht recht schnell von der Hand. Umgekehrt allerdings, ist es etwas kniffliger, besonders wenn man die Gurte auf maximal Länge stellt. Kann es echt passelig werden, weil sie immer etwas gut überstehen lassen. Das war's. Mein Review zum Chico um. Fazit. Stabile, robuste Trageeinrichtung für wenig Geld. Allerdings nicht mit dem meisten Platz. Feedback ist natürlich gefragt, wenn ihr wollt, dürft ihr das Review auch kopieren, wenn ihr mir Bescheid sagt wohin. Vielen Dank.